was geht ab leute heute ist soweit kaspar und ich bin heute wieder einem tycoon zusammen und zwar heute einen superhand tycoon ja und heute ist es deadpool geworden leute also wenn ihr von noch mehr sehen wollt dann haut auf jeden fall auf den like button bei uns beiden und auf jeden fall auch noch bei uns beiden auf die glocke leute und auf den abo button abonniert kaspar auf jeden fall auch der hat auch roblox videos leute täglich also unbedingt vorbeischauen wir haben jetzt hier schon mal deadpool ausgewählt und wir können jetzt hier unseren ersten dropper kaufen kaspar ok let's go ja für 0 ok warte mal das fließband sich ja das hat sich so langsam gebaut okay perfekt dann wo kann man wo können wir zu unser geld einsammeln wir können sie vorne sind es hier diese roten teile kümmern ja ich glaube auf den roten teilen gehen auf das rote teil rauf er fährt einfach auf dem fließband ich glaube hier oder warte mal wir kriegen einfach so geld und rechts ich gerade wir müssen alleine ja das hatte von alleine ok cool guck mal ich habe eben schon gesehen du kannst ja am ende kannst du dir so doppelt cash und so kauft ich habe doppelt cash gekauft ja jetzt habe ich das kostet 345 robux so kann ich schon mein eisendropper kaufen wo jeder wird das hier gebaut dann bin ich nämlich schneller als du ja ich werde ich bin eh am ende schneller als du ja jetzt kannst du auch kaufen jetzt hier so das war schon mal der eisendropper danach holen wir uns glaube ich den stahl genau stahl dropper und dann können wir noch irgendwas kaufen hier im store leute irgendwie noch ein bisschen booster sachen oder so ich glaube das müssen wir alles freischalten oder gut alle mit cash also 500 robux ja 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 okay pass auf ich kann jetzt schon den stahl dropper kaufen guck mal hier ja das ist das immer zusammensetzt ist das voll cool und dann können wir gleich noch schon den waffenraum kaufen für 500 dollar wie cool ist das denn hier hier guck mal der waffenraum wird jetzt hier gebaut und haben wir quasi ja gut okay noch keine waffen drin aber ist kein problem das ist kein problem vielleicht sollten wir aber erst mal ein paar wände kaufen weil wir haben jetzt hier nachher noch andere leute die hier reinkommen und da müssen wir nachher noch gegen die kämpfen und ich sehe auch oben steht da der nächste boss spawnt ja in sechs minuten ach krass da gibt es dann noch einen boss gleich ja da kommt nachher noch ein boss ich bin mal gespannt gegen den müssen wir irgendwie kämpfen und ich würde mal sagen ich gebe schon ein bisschen wieder zu viel für die wände aus ich glaube ich sollte eher so in die infrastruktur investieren was sagst du dein ich kann jetzt vielleicht in kryptonit dropper kaufen und zwar genau jetzt ja aber kein problem also ich glaube unsere sachen spiegeln sich die ganze zeit habe ich schon nicht wir brauchen ja eigentlich schon gute waffen damit wir gleich den boss besiegen können ja also ich glaube also wir haben nur fünf minuten zeit um den boss dann irgendwie gegen ihn anzutreten aber ich sehe gerade ich habe jetzt schon mal hier alles mögliche auf meiner seite gekauft was so dinge angeht jetzt kann ich hier schon mal zack eine waffe kaufen was wird es jetzt was wird es jetzt was wird es das ist so eine pistole ja guck mal hier ey hör auf hör auf okay okay warte mal kriegst du den schaden ne 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 okay ich wollte gerade sagen aber hier die pistole ist auf jeden Fall am start sieht nicht schlecht aus jetzt kannst du glaube ich gleich deinem kaufen ich glaube du musst gleich kryptonit dropper kaufen und ich kann jetzt hier sogar die wand upgraden hier zack oh das kann ich auch aber ich spare eins noch ich glaube es gibt sogar mehrere etagen bei dem haus ja ja auf jeden fall auf jeden fall also wir werden ja so hoch wie hochholzer nachher sein also das wird schon richtig krass aber ich kann jetzt auch die wand nochmal upgraden und dann kann ich danach schon eine zweite etage kaufen guck mal jetzt hier ich kann ganz kurz ein paar lichter so lichter sind gekauft und langsam wird es hell hier drin aber auch noch nicht besonders hell muss ich sagen alter ich kann mir draußen so ein dinge kaufen so maschinen dinge wie heißt das wie wie nennt man das nochmal genau so ein schießturm oder so also kostet 200.000 dollar warte mal kann ich jetzt hier ne barriere 200.000 ja 200.000 richtig teuer ich hab grad mal 3.500 aber weißt du was ich jetzt kaufen kann was du noch nicht kaufen kannst zack was denn und zwar schöne treppe nach oben ja aber du nutzt die auch ich kann die auch benutzen dann kannst du auf meiner teile ein bisschen zugucken das war es aber auch schon wieder ja das stimmt aber mal gucken also du bist auf jeden fall schon mal gar nicht mal so schlecht am start muss ich sagen bei dir läuft es auf jeden fall ja das macht alles so step by step weißt du ja genau so muss das auf jeden fall auch ach krass ich habe jetzt eine tür gekauft wo nur ich durchgehen kann guck mal jetzt kann ich die auch kaufen guck mal hier ich kann die auch kaufen und jetzt wird uns keiner mehr stören können hier zack und kann ich jetzt durch deine tür durch ja ja klar wir sind ja oder warte mal wenn ich jetzt so mache auf den knopf drauf drücke dann kann glaube ich jeder durch genau und jetzt kann glaube ich nur ich und du genau jetzt können ja okay stimmt okay ich kann doch warte mal ich kann doch so eine wand kaufen oder so ich glaube ich kann das hier nämlich gleich schon hier vorne ich kann mir jetzt kaufen was glaube ich kaufe noch mal ein bisschen geld muss ich sagen also an limit cash 500 robux also ich würde sagen ich kaufe jetzt mal für fünf euro was jetzt hier so und jetzt habe ich und ein alter ich habe einfach unten jetzt eine milliarde ich habe eine milliarde ja kommen jetzt hier kann ich das ding hier kaufen also schon mal unser fließband alles kaufen kannst ja alles einfach diesen adamantinium dropper kann ich mir doch kaufen alles holen dann kommen wir können auch hier also eine zweite waffe oder so kaufen gucken wie krass das aussieht alter das ist glaube ich so ein hier so ein ninja dingens wo hier damit kann ich zack 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 so ein bisschen rumpiksen die ganzen leute aber ich möchte ja im endeffekt auch noch deadpool werden somit mit dir zusammen deadpool wäre ja voll cool ja das wäre echt cool aber ich glaube das würde wahrscheinlich ganz oben sein aber das ding ist ich kann leider deine sachen gar nicht kaufen sonst könnte ich ja auch noch für mich etwas kaufen das kann ich hier aber kaufen genau du kannst gleich noch die erste etage da kaufen glaube ich ich kann auch ein bisschen die wände upgraden so ist auch kein problem denn hier vorne kann ich noch mal diesen advanced dropper kaufen oder hier diese waffe guck dir mal diese waffe jetzt an die wir jetzt hier bekommen dann auch hier den iridium dropper guck dir mal den jetzt hier an und omega dropper und carbide dropper und kobalt dropper alter das kostet alles so viel geld denn wir würden locker hier jahre brauchen um das alles zu kaufen ich habe eine andere waffe als du hier unten stimmt ich habe hier ein schwert und schwer war nämlich auch das schwert das katana eine feuerkatana jetzt hier wo ist der boss wo ist der boh thalas was hat gehört thalas er hat 10.000 leben oh mein gott wo ist thalas ich sehe thalas gar nicht ich auch nicht da ist er thalas ich schieße auf ihn schieße auf ihn schieße schnell ich schieße ich schieße auch auf ihn ich hole das schwert das brennende katana mach thalas weg aua ich glaube er gibt mir damage glaube ich ja mir auch mir auch mir auch mir auch mir auch ich bin tot ja komm schon ey der schießt irgendwie ich schieße und auf ihn du stirbst Thanos du stirbst auf ihn du bist gleich tot nein da hab ich geholt wir jetzt hier sogar an der Tür stehen okay thalas das wird dein Ende sein das wird dein komplettes Ende sein Kasper nein ich bin schon fast wieder tot und jetzt auf ihn aber ey der schießt ja alle Richtungen der ist richtig gut jetzt aber der ist gleich tot ah nein okay warte die hohenwärts Leute mal gucken was passiert wenn wir Thanos gut haben ey der ist bei uns drin ey der kommt rein der ist drin raus mit dir Thanos raus mit dir Thanos weg mit dir jetzt ja wow es regnet Diamantkisten alter Schwede Leute einfach überall ist Diamantkisten und so was können wir damit kaufen ich weiß es nicht aber ich kann jetzt hier das hier kaufen wenn wir rein auf ich hab ja unendlich Geld komm mal mit wir können jetzt hier noch viel viel mehr bauen ich glaube du kannst auch schon hier deine Dings bauen hier deine Treppen kannst du jetzt auch schon bauen ja mach ich auch genau jetzt kannst du auch einen Eingebik nach oben und dann sehr gut kann ich jetzt hier sogar nochmal so eine Barriere kaufen oder nochmal so eine Treppe für die Mitte was ach hier dritte Etage einfach dritte Etage schon was kann man hier kaufen lol und ich glaube ich kann hier oben yo ein drittes Fließband und nochmal neue Waffen mit hier oha der Duranium Dropper Unutanium Dropper du hast so richtig krass guck mal hier ist eine Armbrust alter und was und was ist das ey guck mal ein Schild ne guck mal hier Kasper was ist das ey haha ich bin der Fliegende ich bin Aladin ich bin Aladin 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 alter Schwede ey das ist ja auch normal ok warte mal jetzt habe ich hier schon mal ein paar Sachen gekauft ich kann das hier nochmal upgrade Wand 8 Wand 9 Wand 10 Wand 11 und was noch eine Etage das ist doch so viel Geld was man hier ausgeben muss guck mal hier 50.000 kostet die Treppe das ist auch übel lange ja das ist auch richtig lange 50.000 ja 50.000 einfach und jetzt können wir hier noch oh warte mal wir können hier noch hochgehen und können hier nochmal noch weitere Wände kaufen so ich hab mich echt was es jetzt hier für Waffen gibt Diamond Generator was warte mal hier ist auch noch so ein Weg jetzt auch noch hier warte mal ich glaube ich könnte gleich Deadpool verwandeln ja ich kann mich hier gleich Deadpool verwandeln hier ich will es schon was du bist Deadpool ich will auch Deadpool ja guck mal ich bin auch Deadpool ey guck mal hier wie geil ey warte mal haben wir irgendwelche Fähigkeiten ich guck mal ganz kurz ich baue noch Fließband Dropper Gottlie Dropper ich kann ja auch einen Dark Matter Dropper kaufen 120.000 Dollar alter Schwede und jetzt hier vorne haben wir glaube ich noch mehr Waffen ich glaube hier wird zum Generator gerade generiert was ist das ey das ist ja aber auch krank was man hier alles machen kann ey richtig heftig jetzt können wir jetzt glaube ich als Deadpool äh ich weiß gar nicht was können wir jetzt hier machen als Deadpool was ist denn das jetzt hier ist das so ne ich guck mal ah ne es wird noch gebaut wir müssen noch ganz kurz warten bis das fertig ist alter das Ding ist jetzt fertig gebaut und wir kriegen jetzt einfach hier ein Diamanten jede Minute ich weiß warte mal was können wir überhaupt noch ne Quest Winterkappe und Chillkappe und Superjump was wir müssen hier so ein paar Sachen hä keine Ahnung was wir noch alles machen müssen aber ich glaube ich hab jetzt so meine Etage fertig gebaut du ja irgendwie auch oder fast ja oh joo ich bin doch lange nicht so weit wie du aber was ist das zum Enterhaken ich hab keine Ahnung der sieht hässlich aus ey warte was hier ich kann mich hier überall hin hochschauen hä warte mal wow hey hey ah oh jetzt sind wir Deadpool warte jetzt sind wir wirklich Deadpool hier wir sind Spiderman Leute wir können jetzt warte mal können wir jetzt hier auf die ganzen Hochhäuser rauf hier vorne ich glaube ja hier guck mal wie weit das Ding ist ey ja wo bist du ich bin auf so ein Hochhaus oben drauf guck mal hier oben hier oh ich komm hoch Alter ich bin gerade hier glaube ich oh ich komme und warte oh ja komm 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 warte ich schieße das Ding eigentlich ran ich hab das Ding jetzt eigentlich ran geschossen ey Hilfe ich komme ey ich bin auch oben warte pass auf warte ich schieße das mal pass auf pass auf guck ja geil voll cool richtig verrückte Sachen können wir noch machen Alter jetzt ohne Spaß ich glaube hier vorne sind noch so ein paar geheime Sachen ich glaube wir haben ein paar Quests noch übersehen aber es ist nicht so schlimm wir können noch einen zweiten Part davon machen und gucken dass wir die ganzen Quests abschließen aber guck mal hier ich kann das Ding mal zack und oh nein yeah nach oben du hast es nicht rauf geschafft ne leider nicht leider nicht das war es auf jeden Fall von dem Superhelden gleich gut gewesen zu sein mit Kasper zusammen Freunde wenn es euch gefallen hat auf jeden Fall auf den Like Button oder auf den A Button und checkt auf jeden Fall ein bisschen wie es hier aus einfach drauf klicken und abonnierst dir den Kanal für tägliche Robloxfolgen extra für dich bis zum nächsten Mal